Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz von Lutker. Heute der Pfannkuchenwitz. Moment, jetzt sind wir weit. Liebe Freunde, Grüße zu euch zum Witz von Lutker. Heute ist der Pfannkuchenwitz. Und zwar ist er von 4211 und Grüße gehen von Ihnen an Vincent F. und Jonas W. Und der hat mir jetzt zwei ähnliche, könnt ihr auch, da könnt ihr noch 200 Grüßen. Und der Pfannkuchenwitz, der geht so. Neulich ist einer beim Pfannkuchenessen erstickt gestorben. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert. Neulich beim Essen ist einer beim Pfannkuchenessen erstickt gestorben. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert. Und Erklärung, Pfannkuchen sind auch Krebs, nennt man auch Pfannkuchen so Krebs. Und Krebs macht man auf so einem komischen Ding da. Und wenn man Krebs macht, dann heißt das krepiert. Und krepiert ist auch, er ist gestorben da und verrickt da an den Pfannkuchen. Neulich beim Pfannkuchen ist einer erstickt gestorben. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert. Okay, ciao, komm, bitte abonnieren.